So, ich wollte es aufbauen, du wirst gleich befreit sein. Stille ich nicht. Glaub ich weiß das. Ging nicht. Nee, du musst hier, der Bomb ist noch in place, sagt er dann. Ja, weil die Bomb noch nicht platziert ist. Ja, das habe ich gerade gesagt. Ha! Oh oh. Ha! Ich habe es noch gesehen, als ich reingerauft bin, aber da war es schon zu spät. Oh, hat es geklatscht? Bei dem ich jetzt eigentlich natzen, Alter. Ich stoppe noch kurz am Razer und freue mich, dass ich gerade überlebt habe. Tschüss. Das war krass. Leute, ist das euer Ernst? Ist das euer fucking Ernst? Wow. Wie komme ich da hin? Die ganzen Fallen wahrscheinlich, ne? Oh oh. Razer einfach auslösen. Da passiert nichts mehr. Ja, wieso? Weil ich dich schon ausgelöst habe. Ja. Außer den. Den noch nicht. Den hat Skycat ausgehauen. Nee, hat er nicht. Weißt du jetzt. Wo bist du langlaufen? Den Weg halt. Pass auf, da sind überall Razer. Ja, also Caution, Razer. Caution, Razer. Ja. Ja, das weiß ich. Das war Karma. Ich weiß nicht, wer kann ich so sterben? So sterben? Ja, du lass. Wieso gibt es überall in jedem Raum so ein Knopf, der irgendwas explodieren lässt? Wie ich es mit ansage? Ich bin jetzt hier runtergesprungen. Bist du immer mehr? Okay. Loll. Wie weiter? L конф wir doch. Hey! Sky! Alter wir sind alle مسert. Sky, hilf mir doch. Sky entt triangle doch. Jan. Ach so. Wie wär es, wenn wir einfach nur die auf einer Seite töten und dann einfach durchgehen? NAAA Henke Fabuske NAAA Henke 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 Oh my god Tu buske Spinnati Yaaan Yaaat 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 � Jaaaat What Kommen einfach dahin, wo die hergekommen sind Ja dann töte ihn Ich hab sie mal weggelotnt Oder auch nicht Das war ein Fehler Wartet mal auf dich Oh oh Zeug, 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 zeug Und vor und vor, oh, da nicht Ich dachte da wäre nur eine Falle gewesen Alter hast du gesehen, was für eine Pirouette er gemacht hat? Erzähl von den Punkten dafür Das ist schon kassi Bullshit, wenn ich Rust Doch, klar Das war Rust Da, 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 da Nee da, nee da Ja okay, es war aber Wow Wow Sky, das hab ich gesehen Sky, das hab ich gesehen Ich hab was gesehen Was ist das für ein Ich hab was gesehen 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 Was hab ich gesehen Sky Ja mein Bildschirm hat sich grad ausgeschaltet Weil ich wieder den Doch du hast auf dieses komische Lampen Teil Das war ich Jan, das war ich Das passt wirklich nicht Das war ich Hier Ich hab das komische Kristall in der Erde gedrückt Ja Nee, das hier Das hier, auf das hast du geguckt Ja, aber ich hab den Kristall in der Erde beträtigt Ey, das ist ein Kristall Ja Ich hab's ja so ne Wasser abprobiert Ich hab's geil Ich hab's geil Wer ist ne Doc Wer ist ne Doc Die wird zu mir zum Kristall gekommen Alter Leute, ihr seid so blöd Ja Jo, guck mir das war an Das warst du Was ist knapp Guck hier sind zwei Laser Wie willst du Oh! Ich bin mein Leben. Ich bin mein Leben. Ich bin mein Leben. Ohhhh, Hilfe! Sag ich doch, dass das geht! Du dich in deinem scheiß Pit da vergnügen kannst? LOL Wie kommen die Viecher da auf einmal hin? LOL Nein! Hä? Wie Belpter ist da eigentlich? Was soll denn das jetzt? AROOOOO Wah-h-h-h-h-h-h-phy Sorry I won't Was ist jetzt? Oh, man. Oh, man. Oh, ich glaube hier nicht mehr. Oh, doch. Naja, jetzt bin ich mir einfach meine M4 unabsichtig weggeworfen habe und jetzt nichts mehr habe Es war schon wieder respawn Oh, ich kriege aber in Flashbacks Oh man Hauptsache du hast Spaß sogar, Hauptsache du hast Spaß Mach das nicht Ja Ja Man denkt man, es ist klüger als die Map und die Map dann doch klüger als du ist Genau Auch du Du hast halt nicht so geile riesen Nippel mit vollkommen gefilmt mit Milch wie ich, aber du hast auch Nippel Ich habe auch noch einen Treffen sich zwei Nippel Auf der Straße Was Sagt der eine Sagt der eine Nippel zumal Was Wie gehts Sagt der andere Nippel Mit Beinen Ja, treffen sich zwei Nippel in der Bar Ein Nippel bestellt sich eine Bier Ein Bier meine ich Der andere Nippel bestellt sich ein Wasser Der eine Der eine Nippel trinkt das Wasser voll kaum aus Und der andere Nippel trinkt aber nur einen Keinen Schluck Und dann fragt der Wassernippel, den Biernippel Wieso trinkst du denn nur so wenig? Dann sagt der Biernippel Ja, ich nipp den Der ist immer dran Der findet sich auf dem warmen Eis So, ich wechsle wieder Internet